Willkommen auf meinem Kanal, Ease on a Rainbow. Wir beginnen mal mit den 12 Booster. Wir fangen mit Sonn und Mut an, dann gehen wir weiter bei Schaurige Herrschaft, dann bei Schwert und Schild und dann bei Farbenstock. Geiler Mautin Glitzi! Stahldaggie, cool! Okay, Dillgarten Glitzi. Weiter geht's mit Schimmel, Koronospenreiter, V-Kollektion. Zeig's euch nochmal eingepackt. So, das ist mit großen Siegen. Okay. Die zeig ich euch mal gleich. Die ist hier wieder stecken geblieben. Hier ist die GX. Entschuldigung, die V-XL. Und hier haben wir vier Booster. Die öffne ich jetzt. Auch mal. Beginnen wir mal. Ich sortier die mal ganz schnell. Was sind wir hier? So, ich würde sagen, wir beginnen mit einfachen Schaurige Herrschaft. Hier haben wir alle meine Wasserenergie. Froh bei Lea. Froh bei La. Uralter Friedhof. Uralter Friedhof. Flavia. Primova. Seemops. Formio Sonnenform. Skaraborn. Scaraborn. Reiser La. Florischlingen Glitzy. Psychoenergie. Cool! Galala Shocking. Krass, Digga! Mega! Mega! Bra section. Genau. Wir haben immer Mond geenergievt. Mila, Lydian, die Ärztin, Formio und Regenform, Gala Porenta, Ronlio, Zniebel, Clotopus, Goldalains und Glitzer. Cool, auch Psychoenergie, die glitzert nicht. Aber Sango, auch cool, sieht elegant aus, fehl. Machen wir weiter mit Sonne und Mond Welten im Wandel. Komm mal los. Okay. 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 Beginnen wir mit einer Psychoenergie. Dann haben wir immer Abo-Rettos. Lilis ganze Kraft, Hinzentschluss, Zenkabo, Seemops, Baumball, Bouts, Paragonie. Seemops und Glitzi. Cool. Und Margargo. Weiter geht's mit Schwertschild Fabenschock. Hier haben wir wieder eine Wasserenergie. Brotrot. Schönheit. Blanas. Glumanda. Spalbini. Fleck. Flecknoil. Kloptypus. Kloptypus. Zappladen. Cool. Nägel in Glitzi. Cool. Mega. Und Krawumms. Wumms. Ich zeig euch jetzt dann nochmal alle Glitzis. 준 Bidal. Los. popping techniques. Mudraueravoir affordnis. Weasel. Schmerz.